Wenn du an diesen Ort auswanderst, bekommst du bis zu 150.000 Euro. Ich habe keine Ahnung vom Geld hier! Kilometer lange Strände, märchenhafte Wälder, kraftvolle Gewässer, eine malerische Kulisse. Willkommen in Kai-Tang-Gata, Neuseeland. Wirkte Mungo! Da die Kleinstadt bis zu 1000 unbesetzte Arbeitsplätze hat, werden dringend Einwanderer gesucht. Damit der Staat auch so richtig gut losgeht, soll den Einwanderern ein Gesamt-Package von 150.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. So ein geiles Produkt! Zudem sollen die Mieten und auch der Erwerb von Immobilien extrem günstig sein. Was ist mit dir? Packt dich das Abenteuer und bist du bereit fürs Auswandern? Oder doch eher ein Heimscheißer? Oh, hast eingeschissen, Digga!